Heute passen wir mein Basic Web Design Setup an, so dass wir automatisiert mit GitHub Actions testen können. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute geht es um GitHub Actions und zwar um sogenanntes CI, also Continuous Integration. Wir machen also automatisierte Unit-Tests mit Jest. Wie man Tests schreibt, habe ich in einem vergangenen Video schon mal genauer mit euch besprochen. Und das haben wir auch schon alles implementiert, also wir müssen es nur noch automatisieren und ein bisschen erweitern. Wir wollen nämlich auch die Abdeckung, also die Testabdeckung erfassen und beeinflussen können, so dass wir sagen können, hey, es müssen mindestens 80% des Codes getestet sein, damit alles korrekt ist. Und das werden wir heute machen. Das heißt, wir werden ziemlich viel mit meinem Beispiel Web Setup machen. Wenn ihr das verstehen wollt, das ist unten wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Aber sonst verlieren wir keine Zeit. Aber falls ihr Fragen habt zu diesem Video oder euch mit anderen austauschen wollt oder ein bisschen euch mehr mit diesem Thema auseinandersetzen möchtet, ganz oben in der Videobeschreibung ist wie immer ein Link zu Discord. Joint der Community sagt Hallo, tauscht euch mit anderen aus. Aber ja, jetzt verlieren wir nicht mehr Zeit, legen direkt los. Viel Spaß, auf geht's. So und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Hier als Basis habe ich GitHub. Dort habe ich mir einfach ein neues Projekt auf Basis meines Basic Web Dev Setups genommen. Das Video ist dazu in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise auch der Link zum Repository. Ansonsten heißt dieses Tutorial einfach, also dieses Repository einfach Tutorial und wir wollen in Zukunft unsere Tests bei jedem Commit auf bestimmte Branch-Namen automatisieren, sodass hier bei Actions in Zukunft automatisiert Tests durchgeführt werden, was uns sehr viel Arbeit spart und ein bisschen einfach Governance über unseren ganzen Code bringt. Dazu öffnen wir jetzt mal Visual Studio Code und sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. So und los geht's mit dem eigentlichen Code. Ich habe hier schon ein bisschen was geschrieben und zwar einmal habe ich unser Projekt geklont und dann habe ich hier eine Main.js und eine Main.test.js und hier habe ich einfach eine Funktion, die etwas addiert. Das Ganze wird exportiert, sodass wir das in unserer Main.test aufrufen können. Hier rufen wir die Funktion auf und testen das. Das läuft auch erfolgreich durch und wie wir das letzte Mal definiert haben, gibt es hier eine Testfunktion, also ein Testbefehl in unserem Skriptbereich und wenn ich hier eingebe npm run test, dann führt er diesen Jestbefehl aus, wie man hier sieht. Das läuft auch einmal und alles funktioniert tadellos. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort erkläre ich das alles. In unserem Fall wollen wir jetzt ein bisschen das Ganze erweitern. Und zwar als erstes müssen wir das Ganze erweitern durch einen neuen Befehl. Das heißt, man sollte immer alles, was man automatisiert macht, zum Beispiel Test-Doppelpunkt CI für Continuous Integration oder sowas nennen, damit man einfach direkt sehen kann, wenn etwas automatisiert ausgeführt werden soll, weil das meistens so ist, dass es nicht endet. Also zum Beispiel darf man nicht so einen Befehl wie den hier verwenden oder einen Testbefehl mit Watch, weil sonst der automatisierte Prozess in der Pipeline einfach stehen bleibt, ohne dass sich da irgendwas verändert. Und deswegen muss man das immer so machen, dass es wirklich mit irgendetwas endet, explizit. Und hier wollen wir jetzt aber das Ganze noch erweitern. Und zwar wollen wir zusätzlich zu unserem Test die sogenannte Coverage erfassen. Wenn ich das Ganze jetzt mit dieser Flag erweitere und sage Coverage gleich True und führe hier unten Test-Doppelpunkt CI aus, dann läuft jetzt unser Test durch. Hier wird auch die Flag mitgegeben. Und jetzt bekommen wir hier so eine Test- bzw. Test-Abdeckung über alle unsere Files. Zusätzlich zu diesem Statement, was uns schon so ein bisschen eine Übersicht verschafft, gibt es jetzt hier oben einen neuen Ordner. Der heißt Coverage. Und hier haben wir verschiedene Abdeckungsmöglichkeiten drin. Diese beiden hier, Clover.xml und Coverage-Final.json, sind für die meisten Anwendungsfälle eigentlich irrelevant. Und deswegen werden wir das jetzt ein bisschen anpassen und gehen hier in unsere jazz.config und fügen hier oben einfach einen Befehl ein, nämlich CoverageReporters. Also eine Möglichkeit, das sind sogenannte kleine Plugins, die uns einfach nur diese CoverageReports generieren. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene davon. Wir brauchen aber eigentlich nur dieses LoveCoff und Text, also diesen Report hier oben. Und Text ist das, dass das hier unten in der Konsole erscheint. Das Ganze speichern wir jetzt einmal ab, löschen hier oben unseren Coverage-Ordner einmal kurz raus und einmal kurz das Ganze hier wieder clearen, führen jetzt nochmal unseren Test aus. Jetzt läuft das noch einmal durch und wir kriegen wieder unsere Konsolen-Ausgabe hier. Aber in unserem Coverage-Ordner haben wir jetzt nur noch diese beiden Files drin. Denn das ist einfach ein bisschen sauberer. Falls ihr für eure Anwendungen, es gibt nicht verschiedene Test-Analyse-Programme und so weiter, kann es sein, dass ihr hier weitere Reporter hinzufügen müsst. Da gibt es ganz viele. Googelt einfach Jazz Reporter, dann kriegt ihr tausende davon. Auch NeonCat oder irgendwie sowas in der Richtung. Ansonsten haben wir jetzt hier ein Report und wir sehen hier, wir haben hier eine Index.html. Und wenn ich das Ganze mit einem Live-Server einfach mal kurz öffne, dann öffnet sich hier Chrome. Ich zoome mal ein bisschen ran und wir sehen hier, unsere Main.js hat 100% Testabdeckung. Wenn ich hier draufklicke, sehen wir, es wird auch alles mal getestet. Und wenn ich das jetzt ein bisschen anpasse und sage, okay, wir erweitern das jetzt einfach mal durch eine neue Funktion. Die nennt sich Sub. Und hier haben wir ein Minus zwischen. Speichern das Ganze ab. Hier unten clear ich das einmal und führe jetzt unseren Test noch einmal aus. Dann sieht das Ganze nämlich schon ganz anders aus. In dem Moment ist unser Coverage nämlich nur noch bei 66%. Und wenn wir wieder unsere Datei hier öffnen, sehen wir, dass diese Funktion hier oben nicht getestet wird. Das heißt, mithilfe dieser Coverage Reports seht ihr sehr genau, wo in eurem Code Zeilen, Statements, Branches sind, die nicht getestet wurden. Und dann sieht man das hier oben, kann das fixen und dann passen sich die Zahlen noch wieder an. So, aber wie gesagt, wir wollen ja in unserem Coverage CI-Befehl hier dafür sorgen, dass wenn nicht unser Coverage Threshold erfüllt ist, dass das Ganze quasi sich einfach beendet und dann fehlt. Weil so funktioniert unser Test. Der Job würde aktuell noch suxiden, obwohl wir keine gute Testabdeckung haben. Wenn ich jetzt hier nochmal in unsere Jazz.config gehe, kann ich mir hier einfach den Coverage Threshold reinkopieren. Und in dem Moment brauchen wir hier Global. Und das ist wieder ein Objekt. Und hier drin haben wir einmal Branches und sagen 80. Dann haben wir Functions, sagen wir auch 80%. Sagen Lines auch 80%. Und Statements 80%. Und wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, haben wir Thresholds definiert. Die könnt ihr natürlich frei anpassen. Wenn ihr die auf 0 setzt, dann funktioniert der Job immer. Also dann ist egal, wie viel getestet ist. Das ist vielleicht am Anfang, wenn ihr ein Projekt habt, was noch keine gute Testabdeckung besitzt, ganz praktisch. Aber für unseren Fall ist 80% eigentlich so ein guter Mittelwert. 100% ist meistens ein bisschen over the top, weil es immer Funktionen und Abhängigkeiten gibt, die extrem schwer zu testen sind. Zumindest automatisiert. Aber es gibt Projekte, die wirklich 100% Testabdeckung haben. Ob das natürlich Sinn macht, ist immer eine Betrachtungssache, die jeder für sich entscheiden muss. Wir geben jetzt hier aber npm und dann run test.ci nochmal ein. Lassen das Ganze durchführen. Und wir haben jetzt ja gerade keine 80% Testabdeckung. Und wir sehen hier, unser Test hat gefällt. Und wir sehen hier auch die drei Punkte, die gefällt haben. Und zwar einmal unser Coverage für Statements ist 66,67%, nicht 80%. Hier ist 66,67% nicht 80% und Functions sind nur bei 50%. Wir müssen die jetzt anpassen und dann würde unser Job auch wieder funktionieren. Aber für uns ist das so eigentlich ganz praktisch, weil ich lösche jetzt diese Funktion hier oben wieder raus. Speichere das Ganze ab und führe hier nochmal unseren Test aus. Und in dem Moment funktioniert das Ganze jetzt oder sollte zumindest funktionieren. Wir kriegen keine Fehler mehr. Sieht alles richtig aus. So, das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, wir haben ja hier diesen Coverage-Ordner. Den könnt ihr theoretisch in eurem Repository lassen. Persönlich mache ich das aber nicht so gerne, sondern ich lösche den über gdignore jetzt einfach raus und schreibe hier Coverage, speichere das Ganze ab. In dem Moment ist das hier ausgegraut und wird nicht mehr benachrichtigt. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, Coverage und diese ganzen Geschichten. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze automatisieren. So, nachdem wir jetzt unseren Befehl auch wirklich erstellt haben, unsere Coverage erstellt haben, müssen wir das Ganze jetzt noch automatisieren, würde ich sagen. Und dazu nutzen wir GitHub Actions. Wie gesagt, dafür brauchen wir jetzt einen neuen Ordner, der nennt sich GitHub. Einfach GitHub. Hier drin brauchen wir noch einen neuen Ordner, der nennt sich Workflows. Und hier drin brauchen wir jetzt eine neue Datei und die nennt sich Unit-Tests.jml. Das heißt, das ist eine JML-Datei, also eine Config-Datei einfach. Und als erstes benennen wir das Ganze und zwar heißt das Unit-Testing. Außerdem müssen wir definieren, wann unser Job ausgeführt wird, in unserem Fall bei einem Push auf einen bestimmten Branch. Und hier machen wir das Ganze mit einem Array und sagen hier, wenn unsere Master-Branch angesprochen wird. Aber ihr könnt das natürlich nicht nur bei einem Master oder bei einem bestimmten Branch machen, sondern ihr könnt auch sowas machen wie zum Beispiel ein Feature-Branch mit so einem Sternchen, sodass dieser Job immer ausgeführt wird, wenn ein Branch Feature, Slash und dann Sternchen heißt. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man auch bestimmte Branches exkludieren, dass ein Job nicht ausgeführt wird und so weiter. Und was man auch machen kann, ist natürlich nicht nur bei einem Push zu triggern, sondern das Ganze zeitabhängig zu machen oder was wichtiger ist, zum Beispiel bei einem Pull-Request. Also wenn jemand etwas merchen möchte, kann man zum Beispiel sagen, hey, bei einem Merch auf zum Beispiel den Master-Branch soll unser Pull-Request ausgeführt werden. So, habe ich falsch geschrieben. Und in dem Moment wird das jetzt quasi auch getriggert, wenn wir ein Pull-Request starten. Für unser Tutorial reicht das aber, wenn wir hier sagen Push und dann Branches zu Master. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen Jobs definieren, die diese Datei quasi umfasst. In unserem Fall, unser Job Test soll auf einem Ubuntu laufen, was heißt, wir sagen Runs on Ubuntu minus Latest, was heißt, auf einer Linux-Distribution soll das Ganze später ausgeführt werden. Damit hat man in der Regel am wenigsten Probleme. Ich würde einfach immer Ubuntu Latest nehmen, das funktioniert in der Regel ganz gut, außer ihr habt da sehr spezielle Anliegen. Das nächste, was wir machen, wir legen noch eine Strategy fest. Und Fail Fast ist nicht das, was ich festlegen wollte, das machen die meisten, sondern ich möchte, weil wir mit Nodes arbeiten, noch etwas ergänzen, was ich in der Vergangenheit oft gesehen habe und was sich auch schon sehr praktisch herausgestellt hat. Und zwar sagen wir Node-Version, geben hier ein Array und dann sagen wir 12.x und hier kann man jetzt theoretisch auch 15.x oder so etwas sagen und diesen Job für verschiedene Node-Versions ausführen. Das ist nämlich sehr praktisch, weil auf bestimmten Servern habe ich festgestellt, weil man in großen Produktionsumgebungen ist, laufen teilweise unterschiedliche Node-Versions und so kann man dann sicher gehen, dass beispielsweise die eigene Anwendung auch in unterschiedlichen Versions getestet und funktional ist einfach. Das nächste nach unserer Strategy definieren wir jetzt sogenannte Steps und die werden immer mit so einem Bindestrich und dann ein Leerzeichen markiert und hier sagen wir Uses und dann Actions slash Checkout at v2. Das heißt, wir sagen einfach, wir wollen die Actions nutzen und hier definieren wir jetzt unsere eigentlichen Jobs mit Name und sagen hier Node-Install ist unser erster Job und hier unten machen wir Uses und sagen hier Actions slash und dann sagen wir Setup Setup minus Node at v1 und hier sagen wir With und hier können wir jetzt nämlich sagen Node-Version und für diese Node-Version können wir jetzt hier oben einfach das nutzen und dafür sagen wir hier einfach Matrix Punkt und dann Node-Version und dann geht er jetzt für jede Version einmal durch und startet diesen Job mit verschiedenen Versions, falls wir mehrere Versionen angegeben hätten und das nächste, was wir hier brauchen ist, wir sagen Minus und sagen dann Run und hier können wir jetzt einfach einen Konsolenbefehl eingeben, in unserem Fall NPMI, das heißt einmal bitte alle Node-Modules installieren. Das nächste, was wir machen ist, nachdem unsere Node-Modules installiert sind, Run Just Testing, Unit Testing, so und hier definieren wir jetzt auch wieder einfach diesen Befehl hier oben, das kopieren wir uns jetzt einmal, fügen das hier unten einmal ein und hier benutzen wir auch wieder diese Kommandozeile, um etwas auszuführen und zwar sagen wir Run npm run test.ci In dem Moment speichere ich das Ganze mal ab, gehe hier in Visual Studio Code, auf unsere Git-Übersicht, sage hier rein und schreibe hier Test V1. Das Ganze schicke ich jetzt einfach mal an den Server, zack, weg ist das Ganze Ding und jetzt gucken wir uns mal an, was das auf GitHub jetzt eigentlich bedeutet. So, und zwar sieht man hier in diesem Action-Tab in unserem Repository, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, müssten wir hier jetzt eigentlich etwas sehen, warum sehe ich hier noch nichts, gucken wir mal, hat das Ganze funktioniert, unser Branch ist durch und wir sehen hier auch diesen Punkt, das heißt nämlich unsere Jobs laufen, wenn ich jetzt hier hingehe, sehen wir es auch. Wir sehen hier unsere Workflows, hier sehen wir Unit Testing, wenn ich hier drauf drücke, sehen wir jetzt auch, wird das Ganze gefiltert, in dem Moment sehen wir, unser Test läuft, wir können uns das Ganze jetzt auch angucken, wir sehen hier gerade Test und dann 12.x, was heißt, wir testen gerade eine bestimmte Node-Version, können hier reingehen und in dem Moment sehen wir unsere einzelnen Steps, er installiert hier gerade die Node-Modules und wenn ich hier das öffne, sehen wir auch hier, okay, er hat die Node-Versions gewählt, hat das nochmal ausgegeben, getestet, dass wir auch wirklich diese Version nutzen. In dem Moment hier sehen wir jetzt Node Install, das wird alles installiert und wir sehen jetzt den Konsolen-Log quasi, wenn ihr NPMI eingibt und das wird jetzt sehr lang und das geht halt Step-by-Step so durch. So und das ganze Ding hat jetzt erfolgreich funktioniert, wir sehen hier, Node wurde installiert und wir sehen auch hier unseren Testbefehl, das heißt, der hat npm run test eingegeben, daraufhin hat Jazz durchgeführt, wir sehen hier, unser Test hat funktioniert, unser Coverage wurde erstellt, wir haben natürlich überall 100% und hier unten sehen wir jetzt, Job is complete, was heißt, das Ganze hat wunderbar funktioniert und hier haben wir dann uns danach ausgeloggt und wir sehen jetzt hier an der Seite so ein kleines grünes Häkchen, wenn wir hier auf Actions gehen, sehen wir auch, dass hier unser Commit, also unser Commit mit dieser ID von mir quasi war erfolgreich, wurde erfolgreich getestet und wenn wir jetzt hier beispielsweise hier drin sind, sehen wir auch hier dieses kleine Häkchen, dass dieser Commit quasi erfolgreich durchgeführt wurde und damit haben wir jetzt automatisiertes Testing, was ihr, wie gesagt, anpassen könnt für eure Teams, für eure Verwendungszwecke. So, das war's wieder für diese Woche, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video, ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, immer ganz oben Twitter, Discord, Instagram, sagt einfach hallo, ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, kommt einfach auf Discord vorbei, join the Community, wie gesagt, und wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung jede Menge Affiliate-Links, wo ihr praktische Tools euch angucken könnt oder einfach auf Amazon was kaufen wollt, um diesen Channel etwas zu supporten, ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.